So, wir reden heute über Energieformen und deren Umwandlung. Wir nehmen mal unser typisches Beispiel aus der Mechanik. Ich habe hier so ein olles Gewicht und es steht vielleicht auf dem Tisch. Und wenn es da so steht, dann ist das ganz nett. Aber ich mache was anderes. Ich nehme dieses Gewicht und hebe das ein Stückchen hoch. Dann habe ich es hier oben. Fünf Kilo und fertig. So, jetzt habe ich es hier hochgehoben. Und damit ich das hochheben kann, muss ich für diese Strecke, die ich hochhebe, und je höher ich es hebe, umso mehr Arbeit aufwenden. Darüber waren wir uns eigentlich klar. Also W wie Work ist F, Force, die Kraft, mal S wie Strecke. Auf Deutsch jetzt wieder. Das heißt, ich habe Arbeit aufgewandt und ich habe diesen Gewicht, Wägestück müsste man ja eigentlich sagen, was für eine Energie verliehen. Also nochmal von dem Wort Potenz abgeleitet. Wir hatten gerade drüber kurz diskutiert. Potenz heißt, man kann. Also ich mache es mal so. Man kann. Jemand, der impotent ist, der kann nicht. Und in diesem Fall kann man sagen, wir haben diesem Wägestück hier oben etwas potenzielle Energie verliehen. Potenzielle Energie hat es jetzt. Es hat die Energie. Und solange ich das Wägestück da oben lasse, dann hat es das weiterhin. Lasse ich das jetzt wieder runtersausen, dann kann man sich vorstellen, je höher ich es gehoben habe, umso schneller wird es. Das ist abhängig von der Erdbeschleunigung. So. Jetzt hat es aber nur diese gewisse Strecke zur Verfügung. Aber es wird von hier ab immer schneller, immer schneller werden. Das heißt, wenn es sich hier bewegt, vom Kino abgeleitet, hat es kinetische Energie. Kinetische Energie. So. Das heißt Bewegungsenergie. Dass diese Bewegungsenergie dann hier unten irgendwas anrichten kann, das ist eine ganz andere Geschichte. Das beides ist aber eine Form der sogenannten mechanischen Energie. Jeweils eine Form, ne? So. Diese mechanische Energie ist eine Form, die wir kennen. Wir kennen alle schon aus der Elektrizitätslehre auch elektrische Energie. Elektrische Energie ist zum Beispiel potenziell enthalten in einem Akkumulator oder in einem Kondensator. Kondensator haben wir jetzt nicht weiter, sind wir nicht groß drauf eingegangen, aber auf eine Batterie schon. Also wenn ich einen Akku habe und den aufgeladen habe, dann kann ich daraus elektrische Energie entnehmen. Entnehmen. Entnehmen ist eigentlich ein falsches Wort. Man nimmt keine Energie, man stellt keine her, man vernichtet auch keine Energie, sondern man wandelt nur eine Energie ineinander um. Und das werden wir jetzt mal alles, das als Ausgang, das werden wir jetzt mal alles zusammentragen, was es für Formen von Energien gibt. Und dann sehen wir uns hier wieder. So, jetzt haben wir zusammengetragen. Wir haben also mechanische, chemische, Strahlungsenergie, Wärmeenergie, elektrische Energie. Diese Energiearten, die haben wir schon mal zusammengetragen. Beispiele für mechanische Energie hatten wir zum Beispiel Windenergie. Wind, ich schreibe mal bloß hin, Wind. Was wäre noch eine typische mechanische Energie? Wasserkraft. Ich schreibe nur Wasser hin, ne? Wasser. Also wenn Wasser von irgendwo nach irgendwo sich bewegt, beziehungsweise wenn es von irgendwo nach irgendwo fällt. Wir kommen da noch im Einzelnen drauf. Chemische Energie, was haben wir da für Beispiele? Bitte. Also. Biomasse, na klar. Biomasse. Hm. Oder was haben wir? Entstrahlungsenergie, hat man schon gesagt. Ein Licht, ganz typisch. Also Solartechnik steckt dahinter, ne? Wärmeenergie. Ich glaube, da muss man nicht viel sagen, ne? Wärmeenergie ist Wärmeenergie. Das ist einfach Wärme. Ähm. Elektrische Energie beim Dynamo. Beim Motor. Wärmeenergie bei Flammen, ne? Im Allgemeinen. Aber auch beim Kühlschrank geht es um Wärmeenergie. Nämlich um weniger Wärme. Noch was zur chemischen Energie. Hatten wir jetzt gar nicht so sehr beachtet. Hier. Akku. Ein Akkumulator, eine Batterie. Ich schreibe mal Batterien. Obwohl das eigentlich auch ein Wort ist, um andere Dinge auszudrücken. Zur Strahlungsenergie. Kernstrahlung. Das sind alles Beispiele. Und jetzt werden wir mal durchdiskutieren. Ähm. Ich schreibe mal den Motor noch darunter. Dann haben wir jedes Mal zwei solche Beispiele. Motor, ne? Elektromotor. Ist gemeint. E-Motor. So. Und jetzt werden wir mal hier uns überlegen, welche Energieformen welche umgewandelt wird. Ich gebe mal ein Beispiel vor. Wenn ich sage, ich nutze die Windenergie mit so einem großen, dreiflüglichen, auf Turm stehenden Windrad. Dann habe ich hier hinten dran einen kleinen Dynamo sozusagen. Ja, klein. Einen großen Dynamo. Das ist der Trick. Aber ich nutze letzten Endes bewegende Luft. Also, das wäre eine Form der kinetischen Energie. Wind ist kinetische Energie. Die kinetische Energie wird umgewandelt in elektrische Energie mittels Dynamo. Jetzt werden wir gleich über die anderen Sachen diskutieren. Ich mache Pause. So, wenn ich also eine Wassermühle betreibe, dann wandle ich potenzielle Energie. Ne? Das Wasser ist etwas höher als das Rad. In kinetische um. Also, potenzielle in kinetische. Und dann kann ich wieder mit dem Wasserrad entsprechend was antreiben. Ich kann Dynamo antreiben. Ich kann aber auch diese Energie nutzen, um irgendwelche anderen Dinge anzutreiben, die vielleicht auch bloß mechanisch arbeiten. Bei einer Mühle ist es. Ich werde also einen Mahlstein antreiben, dem kinetische Energie verleihen. Der zermahlt mein Getreide zu Mehl. Und nebenbei wird er warm. Aber das bloß nebenbei. So, weiter. Klar. Ein Elektromotor wandelt elektrische Energie in kinetische Energie um. Das ist gewollt. Eben kam schon die Bemerkung, auch in Wärme. Ja, aber das wollen wir ja bei dem Ding nicht. Wir wollen ja damit nicht heizen. Wie ist es beim Dynamo? Am Fahrrad? Dynamo, da ist es umgekehrt. Da wollen wir zuerst kinetische Energie. Wenn ich den nicht bewege, den Dynamo, passiert nichts. In elektrische Energie umwandeln. Das dann zum Schluss mittels Lampe, wir können jetzt hier mal eine Lampe noch dazu schreiben, dass dann zum Schluss mittels Lampe elektrische erst in Strahlungsenergie umgewandelt wird. Das ist noch eine ganz andere Sache. Also Lampe können wir gleich da zuschreiben, elektrische in Strahlung. Gut, weiter. Zum Thema Wärmeenergie. Flammen, was passiert da? Flammen sind ja bloß ein Ausdruck einer gewissen Umwandlung. Flammen sind ein Ausdruck dessen, wenn etwas brennt. So, und da wandle ich erstmal um chemische Energie. Und wandle die dann in Wärme um. Ach, das habe ich jetzt sehr schlecht gemalt. Chemische in Wärme. Beim Kühlschrank, was wandle ich da um? Beim Kühlschrank ist das so ein bisschen verrückt. Ein bisschen verrückt. Normalerweise sagen wir, wir haben erstmal elektrische Energie. Die wandeln wir mittels Motor in kinetische Energie um. Diese kinetische Energie treibt eine Pumpe an. Und die Pumpe nimmt das Kühlmittel und leitet es am Kühlgut weiter. Das heißt also, hier haben wir nicht die direkte Umwandlung. Hier gibt es aber Kühlschränke. Kühlschränke, das sind spezielle Kühlschränke im Campingbereich. Die wandeln direkt elektrische in negative Wärmeenergie um. Mit Mittelzahlblättern. Das ist ein Sonderfall. Die klassischen Kühlschränke, wie sie zu Hause stehen, nutzen nicht diesen Energieumwandlungsprozess direkt, sondern die transportieren nur die Wärme. Gut, okay. Wir machen mal weiter. Richtig, bei der Solartechnik nutzen wir die Strahlungsenergie und wandeln sie um in elektrische Energie. Direkt, genau. Mal schnell zur Batterie. Welche Energieform wird in welche direkt umgewandelt bei der Batterie? Chemische in elektrische. Richtig, chemische in elektrische. Genau. Chemische in elektrische Energie. Und wenn man den Akku auflädt, ist es wieder umgekehrt. Dann wird aus elektrischer wieder sozusagen chemische Energie. Biomasse. Was macht man eigentlich aus Biomasse? Bei Biomasse, ja. Wenn die Biomasse als chemische Energie da liegt, vergoren wird, wird eine andere Form der chemischen Energie, aber auch Wärmeenergie daraus. Eine andere Form der chemischen Energie wäre dann Gas, Biogas. Und das kann man dann auch wieder in Wärmeenergie umwandeln. Genau. Ja, jetzt haben wir hier so allerlei zusammengetragen. Jetzt fehlt uns bloß noch die Kernstrahlung. Diese Kernstrahlungsenergie, also ist Strahlungsenergie, wird im Allgemeinen in, naja, in Wärmeenergie umgewandelt, die wir dann wieder letzten Endes nutzen. Man heizt aber nicht mit dem Kernkraftwerk, sondern man nimmt es, um Strom zu erzeugen. Aber da kommen wir dann nochmal drauf. Gut. Machen wir an der Stelle erstmal nochmal wieder Pause. Jetzt haben wir allerlei Energieumwandlungsprozesse durchdiskutiert, von Bremsen gesprochen, von, 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 von. Wir haben also sehr viel geübt. Das waren ja hier nur simple Beispiele. Wir schließen das Video mal ab.